... Ich bin der Mann. Das Spiel war anfangs ziemlich langweilig, aber wir haben es geschafft, obwohl die Amerikaner sehr, sehr gut waren. In der ersten halben Stunde hat unsere Mannschaft zu verhalten gespielt, um es freundlich zu sagen. In der letzten Viertelstunde der ersten Halbzeit haben sie dann Dampf gemacht und verdient auch zu einem Tor gekommen. Schade, dass das der Kopfball von Klose an den Pfosten ging, sonst könnte man etwas ruhiger in die zweite Halbzeit. Verteidigung, Angriff? Nein, es gab die erste halbe Stunde im Mittelfeld Schwächen und in der Abstimmung zwischen Hintermannschaft und Mittelfeld auch. Aber das soll nicht im Vordergrund stehen. Wir führen 1-0. Wir führen 2-0. Wir führen 2-0. Wir führen 3-0.